BAföG-EmpfängerInnen aufgepasst! Corona-bedingt gibt es Änderungen in den aktuellen BAföG-Regelungen. In Niedersachsen wird die Regelstudienzeit um zwei Semester verlängert. Dies gilt bei einer Immatrikulation im Sommersemester 2020, dem darauffolgenden Wintersemester und oder dem aktuellen Sommersemester. Dadurch wurde außerdem der Leistungsnachweis nach hinten geschoben. Statt wie bisher zu Beginn des fünften Semesters, müssen Studierende nun die 100 Credits erst nach dem sechsten Semester erbringen. Und trotz aller Änderungen bleiben die Fristen für die BAföG-Anträge bestehen. Optimalerweise ist ein BAföG-Folgeantrag bis Ende Juni einzureichen und auch mit dem Erstantrag sollte nicht allzu lang gewartet werden, wenn die Förderung von Semesterbeginn an erfolgen soll.